Hallo und herzlich willkommen bei NRG-Wirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Marko 2020. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos haben wir noch ungefähr einen Monat, bis die Marko 2020 in Kraft tritt. Und ich möchte gerne mal zusammenfassen, wie geht es eigentlich wirklich los? Also wie startet die Umsetzung der Marko 2020 dann auch wirklich operativ? Und was müssen wir über die ersten Monate eigentlich ganz konkret erwarten? Was denn dann so am Markt passiert? Schauen wir erst mal, was läuft jetzt eigentlich schon vorab? Natürlich die IT-seitige Implementierung der Funktionen, die die Marko 2020 so mit sich bringt. Es ändern sich ja verschiedene alltägliche Prozesse, zum Beispiel fällt die Zuordnungsliste für Strom weg. Es ändern sich Sachen in der Netznutzungsabrechnung durch den dazukommenden Lieferschein. Und wir haben zum Beispiel Fristenänderungen im Lieferantenwechsel und in Stammdatenprozessen. Das Ganze muss natürlich IT-systemseitig umgesetzt werden, und zwar natürlich vor dem Start. Das heißt, das läuft jetzt gerade und das sollte auch spätestens im November fertig implementiert werden, damit der Start, der offizielle Start zum 1.12.2019 auch ordentlich stattfinden kann. Wie findet dieser Start jetzt tatsächlich statt? Wir haben zum 29.11.2019 die offizielle Umstellung, das ist ein offizieller Stopptag, in dem praktisch die gesamte Energiewirtschaft prozessual stillgelegt wird. Heißt, am 29.11. ist jetzt einerseits ein offizieller GBKI-Feiertag festgesetzt. Das ist ein Freitag, an dem also keine Fristen berechnet werden. Und andererseits ist dieser Tag eben auch explizit dafür gedacht, dass da die allerletzten Anpassungen laufen. Denn das ist der letzte Freitag vor dem offiziellen Start der Marco 2020. Heißt ganz konkret, am 28.11. am Tag davor muss man um 12 Uhr mittags aufhören, ganz neue Meldungen in die Energiewirtschaft hinaus zu schicken. Und 24 Uhr in der Nacht muss man aufhören, Antworten zu schicken. Heißt, Nachrichten, die auf eine andere Nachricht referenzieren, eine Antwort, die darf nach 12 Uhr bis 24 Uhr noch versendet werden. Eine ganz neue Nachricht ohne Referenzierung, die darf grundsätzlich nur bis mittags versendet werden. Am 29.11. selbst darf dann gar nichts mehr versendet werden. Oder besser gesagt, das, was noch versendet wird, hat keine Wirkung. Das wird so behandelt, als wäre es nie zugegangen. Das ist dann also praktisch weggeworfene Nachrichten. Sollte man also möglichst verhindern, weil selbst wenn es die Gegenseite entgegen nimmt, sie hat es offiziell nicht bekommen. Also von daher sollte man wirklich versuchen, keine Edifakt-Nachrichten mehr zu versenden an diesem Tag. Dann haben wir also das Wochenende. Insgesamt läuft dann noch die letzte Umstellung. Und zum 2. Dezember geht es dann ganz offiziell mit der Energiewirtschaft unter der Marco 2020 los. Dann haben wir, wie gesagt, verschiedene prozessuale Veränderungen in den Alltagsprozessen. Vor allem haben wir aber auch neue Aufgaben, zum Beispiel für die Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt ganz konkret, für intelligente Messsysteme, also für die Smart Meter, die dauerhaft mit einem Gateway und dauerhaft mit einem Server verbunden sind und deswegen auch dauerhaft ihre Daten, ihre Messdaten übertragen, gibt es dann eine Verantwortung beim Übertragungsnetzbetreiber. Die werden dem praktisch übergeben. Und zwar durch die Übermittlung der Aggregationsverantwortung. Das sieht also so aus, das intelligente Messsystem würde eingebaut werden. Der Messdatenbetreiber meldet den Einbau an den Verteilungsnetzbetreiber. Der Verteilungsnetzbetreiber meldet dem Lieferanten, Obacht, da ist es ein intelligentes Messsystem. Ich als Verteilungsnetzbetreiber bin da nicht mehr zuständig. Und der Lieferant meldet dann die Übergabe der Aggregationsverantwortung an den Übertragungsnetzbetreiber zusammen mit einem Stammdatenpaket. Und der UNB baut dann bei sich praktisch diese Marktlokation des intelligenten Messsystems auf, baut dort dann das intelligente Messsystem als Gerät mit auf und empfängt dann ab sofort die Daten aus dem Smart Meter Gateway beziehungsweise vorab natürlich vom Messdatenbetreiber erstmal aus dem Backend praktisch des Messdatenbetreibers. Denn wir haben natürlich einerseits noch nicht die wirkliche sternförmige Datenkommunikation aus dem Smart Meter Gateway. Das kommt erst mit der zweiten Generation, die also erst irgendwann im Laufe des Jahres 2020 hoffentlich am Markt sein wird. Nicht nur das, wir haben ja aktuell gar keine intelligenten Messsysteme offiziell am Markt, weil wir immer noch nicht den offiziellen Start für den Smart Meter Rollout haben. Heißt, es braucht immer noch den dritten Hersteller, der erstmal vom BSI zertifiziert werden muss, damit wir den offiziellen Startschuss für den verpflichtenden Smart Meter Rollout haben. Heißt, bisher gibt es ein Rollout von echten intelligenten Messsystemen, von echten Smart Metern, also nur dann, wenn es zum Beispiel die freiwillige Zustimmung des Anschlussnutzers, also des Endverbrauchers des Kunden gibt. Wenn der das möchte, kann man jetzt schon intelligente Messsysteme einbauen. Allerdings gibt es ja auch nur zwei zertifizierte Hersteller. PPC seit Januar letzten Jahres und Zagemcom, Dr. Neuhaus, Fröschel seit September diesen Jahres. Und die Geräte von diesen Herstellern, die zertifiziert sind, die dürfen dann auch offiziell eingebaut werden. Denn andere Geräte, wo die noch nicht unbedingt zertifiziert worden sind, die jetzt auch schon eingebaut worden sind, im Rahmen dieser freiwilligen Geschichte, die haben zumindest erstmal noch eine gewisse Sicherheit, weil die einen Bestandsschutz dann haben werden, sobald der offizielle Rollout startet. Die dürfen bis zu acht Jahre dann noch eingebaut bleiben. Heißt also schlussendlich, der Einbau findet dann irgendwann mal statt. Wir haben irgendwann intelligente Messsysteme. Diese senden dann natürlich ihre Echtzeitauslesungen alle 15 Minuten und die kommen dann eben beim Übertragungsnetzbetreiber an. Der UNB muss dann erstmals mit wirklichen Massenprozessen arbeiten, die also im Alltag laufen. Der war in der Vergangenheit nur als Bilanzkoordinator Teil dieser alltäglichen energiewirtschaftlichen Prozesse. Und als Bilanzkoordinator war er ja eher eine Aufsicht und hat schlussendlich geprüft und dann eine Endabrechnung über die Bilanzierung gemacht. Ansonsten war er ja eher als, ja, schlussendlich der Ausbauer der Stromnetze, als auch Aufsicht über die Netzfrequenz unterwegs hat, also wenig mit den Alltagsprozessen zu tun gehabt. Dann muss er natürlich verschiedene Bilanzierungsprozesse schlussendlich starten. Im Austausch mit Bilanzkreisverantwortlichen und mit Netzbetreibern und auch mit Lieferanten gibt es dann verschiedenste Clearing-Listen, zum Beispiel die geschickt werden, Summenzeitreihen, die da herumgeschickt und geprüft werden müssen. Und so sieht es eben auch dann so aus, dass zum Beispiel der Lieferant und auch der Verteidigungsbetreiber und dann eben auch der Bilanzkreisverantwortliche neue Prozesse mit neuen Ansprechpartnern, zum Beispiel beim UNB, durchführen muss. Es ändert sich das Ganze also nicht nur für den UNB, sondern natürlich auch für die Gegenseite, die jetzt eventuell schon bekannte Prozesse in der Bilanzierung auch mit dem UNB machen müssen, aber genauso gut eben auch ein paar neue Prozesse mit an den Markt kommen, beziehungsweise ein paar Prozesse einfach geändert werden. Das heißt, die Marco 2020 ändert schon relativ viel für den Alltag der Energiewirtschaft in Deutschland. Und es ist tatsächlich Stand heute noch nicht wirklich absehbar, wann sich das wie ganz konkret auswirkt. Denn es gibt natürlich Prozesse, die sind ganz allgemein wirksam, die müssen einfach gemacht werden. Das heißt, die werden auch von Übertragungsnetzbetreibern mit allen anderen Marktpartnern durchgeführt, solange es noch keine intelligenten Messsysteme gibt oder solange es auch nur wenig Geräte gibt. Aber es gibt natürlich auch Prozesse, deren tatsächlicher Aufwand dann mit der Anzahl der intelligenten Messsysteme am Markt steigen wird. Das heißt, wenn wir irgendwann mal das Magnetowallout richtig am Laufen haben, dann gibt es natürlich mehr und mehr Energiedaten aus genau diesen Geräten. Und die müssen natürlich verarbeitet werden, die müssen natürlich dann auch bilanziert werden. Und dann steigt natürlich der Aufwand dahinter. Genauso gut bedeutet es aber auch, wenn zum Beispiel ein Übertragungsnetzbetreiber seine Regelzone hat, die ja relativ groß ist, und dann werden die intelligenten Messsysteme erstmal nur so in den Ballungsgebieten verbaut, dann hat er im Zweifel nur mit einer Handvoll oder ein paar Dutzend seiner Verteilnisbetreiber und seiner Bilanzierungsgebiete überhaupt die entsprechenden Prozesse mit den intelligenten Messsystemen. Und in eher nicht so urbanen Gebieten, in den eher dörflichen Gebieten, wo dann vielleicht der Rollout etwas später kommt, gibt es dann noch dementsprechend etwas weniger zu tun. Und genau so sieht es dann eben auch auf der Gegenseite aus. Die Messstellenbetreiber werden wahrscheinlich erstmal in den größeren Ballungsgebieten was ausrollen. Dementsprechend sind auch genau diese Verteilnisbetreiber und die dort angebrachten Lieferanten von den neuen Prozessen vor allem betroffen. Also das ist Stand heute alles noch ganz schön schwierig absehbar, wo es jetzt wirklich hinläuft, was wir wo ganz konkret für welche Prozesse und welche Aufwände sehen werden. Ich spreche hier in diesem Video ein bisschen expliziter von dem Übertragungsnetzbetreiber, weil ich da gerade auch in einem Projekt mit dran bin, dort die Marco 2020 Aufgaben mit zu involvieren. Und wir uns das natürlich aus verschiedenen Perspektiven, auch gerade aus den Perspektiven der Marktpartner anschauen. Das ist also tatsächlich ganz spannend. Aber Stand heute kann niemand sagen, wie es wird. Stand heute kann auch niemand sagen, wie schnell, wie viele Geräte an den Markt kommen. Und das ist genau so eine Frage. Was denkt ihr, wie schnell der Smart Meter Rollout wirklich die Geräte an den Markt bringt? Weil eigentlich gibt es ja eine Drei-Jahres-Frist, bis zu der 10% der Gesamtanzahl an den Markt gekommen sind muss. Deswegen sind viele Marktpartner, viele Messstellenbetreiber auch davon ausgegangen, naja, wir werden langsam anfangen und dann zum dritten Jahr hin richtig loslegen und dann die ersten 100.000 Geräte da irgendwo mal an den Markt gebracht haben. Aber gleichzeitig gibt es verschiedene Messstellenbetreiber, die sich sagen, hey, so schnell wie nur möglich, möglichst viele Geräte an den Markt bringen, denn dann haben wir Daten. Und auf Grundlage dieser Daten können wir neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich hatte es schon mal ein bisschen angedeutet beim Video über die Fusion von E.ON und Energy, weil E.ON Metering jetzt natürlich durch das Hinzukommen von Energy Metering der größte Messstellenbetreiber überhaupt sein wird und die davon leben, jetzt Daten aufzubauen und jetzt dann auch darauf aufgebaute Geschäftsmodelle aufzubauen, mit denen sie dann morgen richtig viel Geld verdienen können. Und genau deswegen kann man davon ausgehen, dass einige jetzt sofort richtig loslegen und hunderttausende Geräte an den Markt bringen wollen. Aber, wie gesagt, man kann es heute noch nicht wirklich sagen. Es ist ziemlich schwer abzuschätzen. Wie ist das eure Meinung? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Habt ihr ansonsten irgendwelche Fragen zur Marco 2020, wie jetzt diese Implementierung konkret aussieht und was sich jetzt wirklich für den Alltag ändern wird, dann schreibt das ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten liked dieses Video, während ich euch hier noch zwei weitere Videos rund um die Marco 2020 Einführung anzeige. und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal hier bei Ende Gewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.